Dies ist ein gesponsertes Video. Ich habe 50 Euro dafür gezahlt, dass ich hier mitmachen kann. Danke nochmal, Leute. Heute geht es um die Schufa. Schufa, das ist kurz für Schuldenfalle. Die Schufa ist eine der erfolgreichsten Mafia-Organisationen Deutschlands. Gut, das war jetzt natürlich übertrieben. Richtig wäre gewesen, jetzt geht es um die privatwirtschaftliche deutsche Wirtschaftsauskunft Teilen mit dem Namen Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Machen wir also mit dem Mafia-Vergleich weiter. Die Schufa macht ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Man kann es wirklich nicht ablehnen. Überall bestimmt der Schufa-Score, ob du etwas haben kannst oder nicht. Mietwohnung, Handyvertrag oder ein Kaninchen, wenn du es auf Kredit kaufen würdest. Wäre doch schade, wenn du nie wieder im gesellschaftlichen Leben teilhaben könntest. Alle möglichen Unternehmen geben der Schufa alle möglichen Daten über mich. Und daraus berechnet die Schufa, ob ich ein guter Mensch bin. Also im kapitalistischen Sinne. Niemand weiß, wie dieser Schufa-Score genau zustande kommt. Diskriminiert die Schufa vielleicht nach Wohnort, Geschlecht, sozialem Umfeld oder Herkunft? Ich tippe auf Ja. Wenn man die Schufa fragt, sagt sie, bei dem zugrunde liegenden mathematisch-statistischen Berechnungsverfahren handelt es sich um ein schützenswertes Geschäftsgeheimnis. Deswegen will das Projekt Open Schufa das auf eigene Faust herausfinden. Und braucht unsere Hilfe. Ich mache das mal kurz vor. Erst geht ihr auf Selbstauskunft.net slash Schufa. Dann gebt ihr Namen, Geburtstag und Adresse an. Und die Anfrage geht automatisch per Fax an die Schufa. Ein paar Wochen später bekommt ihr eure kostenlose Selbstauskunft als Brief. Wenn ihr könnt, geht auf openschufa.de und unterstützt die Aktion mit einer Spende bei Startnext. Wenn das Projekt erfolgreich ist, könnt ihr ab Mai die Schufa-Auskunft mit dem Handy einscannen und eure Daten spenden. Teilt dieses Video, sagt vielen Menschen Bescheid, dass sie mitmachen sollen. Damit die Ergebnisse aussagekräftig werden, sollten 10.000 Leute mitmachen. Ich weiß, das klingt viel, aber das sind 6.710.000 Menschen weniger, als das Dschungelcamp-Finale geguckt haben. Das Gute an der Aktion ist ja, dass man sie komplett vom Bett aus machen kann. Naja, du musst schon zum Briefkasten gehen, um deine Selbstauskunft zu holen. Oh. SGen bên eine Mal. Du musst tun damit, ich piece an der Aktion, du musstumes mitmachen sollen. Du musst nütz!